Also das ist ein typisches Zweibettzimmer hier, hier werden gerade jetzt die Betten aufgebaut. Das sind die Möbel, die Sie dort bei uns auf dem Sensenstein Verwendung gefunden haben und jetzt noch, weil sie einfach unverwüstlich sind, hier in unserer Einrichtung zum Tragen kommen. Wir müssen das jetzt noch anbauen, hier an die Wand, damit auch nichts passieren kann und wir werden die übrigen Möbel dann im Laufe der Woche noch hier hinzustellen und dann kann es losgehen. Wireln Dann Och Und Dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020